Willkommen zu Part 24 von Let's Play Donkey Kong Country Returns. Wir haben im letzten Part 2 relativ asozial und ein eigentlich chilliges Level geschafft und machen nun weiter mit 8,5 steiniges Auf und Ab. Den Level habe ich auch noch im Sinn. Aber wie ich schon oft gesagt habe, habe ich zwar Bilder im Kopf, aber ich weiß nicht direkt den Levelnamen, der dazu passt. Deswegen muss ich mal schauen, ob das auch wirklich das ist, was ich denke. Hier gibt es erstmal das erste von sieben Brüsselteilen. Und ich ahne schon Böses. Das heißt, ich werde bestimmt nicht alle Brüsselteile auf Anhieb finden. Ansonsten, weil ich war es gar nicht so schlecht, aber ich glaube nicht dran. Hier muss ich jetzt aufpassen, manche sollen die verschwinden. Hier in der Lava und die sind auch noch heiß, also das heißt, ich darf da nicht gleich drauf. Oh, das sieht aber geil aus. Oh. Wie mache ich das? Okay, so. Bisschen wie eine komische Variante, aber geht. So. Ach, das ist dieser Kack hier. Oh mein Gott. Du kannst diese, äh, ne ja, die Richtung, in die diese komischen Teile fliegen, kannst du nicht vorausarten. Was machen wir jetzt hier? Okay. Ey, wenn ich hier alles einsammeln muss, ey, ich sag euch. Ey, das muss ich doch bestimmt noch. Das ist ja schlimm. Ey, wenn ich das wirklich machen muss, ey, leckt mich. Und diese dreckigen, die kämen wir doch noch aus der Mine. Oh. Ich wollte eigentlich rollen. Na gut, so habe ich nochmal die Chance, äh, eventuell das verpasste Bursel-Teil zurückzuholen. Aber jetzt habe ich Diddy nicht mehr und ich glaube, den gab es hier auch nicht. Weil die Entwickler da irgendwie kein Bock drauf haben, verdammt. Oder so, keine Ahnung. Aber in den letzten Welten, hatte ich schon gesagt, gibt es vieles weniger, weniger Checkpoints, weniger Diddy und noch ein Haufen anderer Sachen. Aber warum habe ich das hier eigentlich vor nicht hingekriegt, zu hoch zu springen? Dreimal nicht. Dann muss ich mir anders helfen, aber es hat ja geklappt. Boah. Na gut. So, bitte nochmal. Bloß dieses Mal alle Bananen. Hier gibt es doch bestimmt irgendwas. Oh, der ist gerutscht, verdammt. Mann. Ich will das jetzt wissen. Da gibt es doch garantiert irgendwas. Bestimmt aber obendrauf oder so, damit ich was schön nicht mehr kriege ich am Ende. Ah, ich finde es schon scheiße, dass hier kein Diddy ist gerade. Aber Diddy ist es viel einfacher. Wenn man sich da eh, wenn nochmal absichern kann, wo war das knapp. Ich denke da aber nicht dran, dass hier manche Plattformen ganz wechseln. Hier habe ich jetzt auch gedacht, hier war es aber nicht so. Da muss ich jetzt eben hier nochmal warten. Na gut, ist ja auch nicht so schlimm. So. Wenn wir uns das doch mal angucken, was hier noch so abgeht. Ich würde es aber schon gerne schaffen. Mal alle Bananen da einzusammeln, weil so schwer ist es ja jetzt nur wieder auf. Jetzt gib mir doch den Scheiß. Ja, rutsch doch da nicht runter. Du Affe. Tatsächlich. Die sind so schwul, machen das und ich gehe schnell zurück und hole mir mal nicht den anderen Kram da. Da kann ich fast wieder sagen, dass ich gestorben bin. Sonst hätte ich dieses Puzzleteil nicht bekommen. Und jetzt, ja genau. Jetzt bricht er einfach mal alles zusammen. Du hättest auch gemacht. Oh. Da war noch ein Gegner. Und jetzt geben sie mir Diddy. Okay. Vielen Dank. Und da oben ist ein Bonus. Relativ einfach zu sehen. Und da kann man auch so einfach hinspringen. Das, ach nein. Der kommt so häufig vor hier. In diesen Welten. In den letzten. Und ich mag den so überhaupt nicht. Vielleicht, äh, wussten sie, naja, was heißt vielleicht, natürlich wussten sie, dass dieser Bonus nicht gerade einfach ist. Oh mein Gott. Wenigstens war hier der Checkpoint und Diddy. Ja. So viel dazu. Aber komm, also dieser Bonus, der ist auch echt scheiße, ja. Das kann man aber schon mal, das kann man auch schon mal so sagen. Das kann man schon mal so sagen. Da wär's fast schon wieder aus gewesen. Müssen wir mal ein bisschen drauf achten, dass ich hier nicht so viel Scheiße mache. Na komm. Aber da oben drauf war ich jetzt schon. Und vor allem dauern das auch immer so ewig. Wie man hier dann wieder was hingekriegt hat. Meine, von unten kommt man leicht nach oben. Von, ja. Okay. Okay, alles gut. Solange was da mal hinten noch hinkriegen ist, ist alles immer okay. So und Tu geht's sterben. Hier sind nicht gesprungen. So. Wow. So richtig böse hier. Und stehen bleiben. Und weiter. Okay. Okay. Etwas kleinere Passagen von dem Scheiß, die wir vorhin hatten. Ah genau. Ah genau. Das ist mit Didi relativ einfach, aber hier hinten gibt's einen großen Teil. Ohne Didi ist das schon sehr, sehr asozial. Und das Teil, das gefällt mir gar nicht. Das sowas endet. Okay. Aber weiter ist nichts. Aber dieses Windrad, das dürfen wir natürlich nicht übersehen. Gibt's da noch was? Weiß ich nicht. Ja. Puzzleteil Nummer 5. Oh, das ist scheiße. Hier musst du mitlaufen. Gab's hier? Ja. Hier gab's doch irgendwo ein Fass, oder? Warum muss man da das Didi-Fass nehmen? Ich weiß es nicht. Gab's hier nicht irgendwo ein Fass? Ich glaube, man muss das Didi-Fass mitnehmen. Weil hier gibt's... Das ist so ein Assoziator und ich glaube, ich bring mich nochmal um. Dann nehme ich das Didi-Fass mit. Ich habe hier die ganzen Puzzleteile, die jetzt hier auf dem Weg waren schon. Und ich nehme jetzt mal das Didi-Fass mit. Das ist richtig asozial. Obwohl, so weit ist es ja gar nicht. Ich habe gedacht, es ist jetzt weiter gewesen. Ah, ah, hier durch. Okay, gut, 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 gut. Guter Moment, abgepasst. Ich muss da saudoll aufpassen jetzt. Wo kam denn der Scheiß? Hier. Bei dem Kack muss ich aufpassen. Ja, ja, ja. Yes. Willst du mich verarschen? Oh mein Gott. Ist das jetzt ernst? Wie geht das? Ey, das ist doch mal übelster Betrug. Ey, weh, ich kriege das jetzt fünf Jahre nicht hin. Dann gehe ich mich aber beim Spielentwickler beschweren oder sonst wo. Keine Ahnung. Bei Nintendo. Weil das kann ja mal überhaupt nicht sein, ja. Ist das denn bitte möglich? Ja, gut, am Ende ist es jetzt auch nicht so schwer hier durchzukommen, ja. Aber das ist, also das ist schon ein Betrug. Und zwar enorm. Und gerade mal auf die Idee zu kommen, da so Bonussen zu machen, ja. Das ist auch schon am obersten Grenze. Und ich weiß noch nicht, wie Donkey Kong das macht, auf einer Steinplatte rumzuspringen. Aber ansonsten, alles noch gut. Okay, gut, wenigstens haben wir es geschafft. Das ist erstmal gut, also das ist ja schon mal kein asozialer Bonus gewesen. Nur erstmal da hinzukommen, das war ein bisschen, ja, wie soll ich sagen. Leicht und möglich. Nur gut, dass wir es geschafft haben. Und was nochmal hier, ich habe gedacht, der nächste Bonus ist, aber oh, das ist eine zu große Teil. Dann wird so jetzt bestimmt nochmal krass, oder? Ja, und wie mache ich das? Was, ich habe das Ende verpasst? Ah, ja, natürlich, ah, das war ja da unten. Na gut, dann ist es jetzt nur so gut, dass ich nochmal gestorben bin. Okay, okay, okay. Gut, dann stimmt, das muss ich nochmal holen. Das muss ich ja nochmal holen. Oh. Okay. Und jetzt kommt der Scheiß wieder. Aber hier bin ich ja gerade gut durchgekommen. Aber wie soll ich denn an das G kommen, bitte? Wie soll ich an das G kommen? Aber ich glaube, ich habe schon einen Plan. Aber sollte ich es nicht schaffen, muss ich ja jetzt jedes Mal erneut hier das Ende holen. Das möchte ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich springe jetzt auf das Erste. Hier drauf und dann hier drauf. Und dann wieder zurück und dann wieder zurück. Und dann kommt ich aber da nicht hoch und das Ziel. Wie soll ich das denn machen? Ich muss irgendwie rollen. Irgendwie muss das gehen. Irgendwie ist das möglich. Zu rollen und sich das geht zu holen. Und dann zum Ziel zu gehen. Ich weiß aber nicht wie. Das ist ein Problem. Ich will nicht nach da oben. Ich will nach da unten. Ah, diese Teile, die kommen auch immer an der unmöglichsten Stelle. Na, oh, nein, nein. Wieder von vorne. Und nochmal von vorne. Ach komm schon. Jetzt wird es langsam billig. So leicht kann man schon gar nicht mehr springen, dass da irgendwas, ja. Das ist gar nicht möglich. So ein asozialer Rhythmus ist das hier gerade. Okay. Ah, das ist schon nicht ohne. So muss ich aber wirklich mal an das Geh rankommen. Ich weiß aber nicht, wie ich es anstellen soll. Nein. Wieso denn? Jetzt bin ich ja bei so einem... Naja, also einfach will ich ja nicht sagen. Einfach kann man nicht mehr sagen. Aber bei so einem relativ billigen Level, ja. Und dann sterbe ich jetzt 10.000 Mal. Nur weil ich das Geh nicht bekomme. Aber ich meine, wer kriegt das schon? So ganz einfach ist das ja nicht. Oh, guter Rhythmus, guter Rhythmus, außer hier. Alles klar. Und jetzt aber das Geh. Los, 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 los. Komm schon. Nicht nochmal so ein billiger Kram. Verdammt, ich hab' mir gedacht, das trifft mich nicht. Das ist hier immer so sauknapp. Ich will das nicht. Ich will jetzt das Geh haben. Ich weiß aber nicht, wie ich es anstellen soll. Na so auf jeden Fall nicht, ja. Hä, wie soll das gehen? Ich muss noch ganz kurz warten und dann drauf... Aber das ist irgendwie... Das ist schon scheiße, ja. Ich finde ich schon nicht so toll, wenn ich jetzt hier die ganze Scheiße immer machen muss. Und vor allem das N. Das ist ja fast sogar noch asozialer als das Geh. Au, ich krieg... Ich krieg das Geh nicht. Ich krieg das Geh nicht. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Oh, ist das asozial. Leck mich. Das seid ihr Spaßvögel wieder da. Und jetzt ist bestimmt irgendein asozialer Rhythmus. Obwohl, ne, geht. Geht, geht, geht. Ja, komm. Mir ist scheißegal, solange ich das N bekomme und jetzt auch das G, verdammt. Oh. Geht mal nicht halt. Ich darf auf keinen Fall die Diefel verlieren, sonst habe ich hier eine Absicherung weniger. raus hier. Ganz schnell. Oh mein Gott. Oh. So. Ja, Puzzleteil haben wir alles. Da haben wir auch alles. Weiter geht's. Ein Level machen wir noch. Obwohl, das ist ja... Das war jetzt wirklich nicht schwierig. Also, ich habe jetzt auch noch mal Inhalte von einem Level im Sinn. Schmelztiegel. Ja, ja. Das könnte sogar gewesen sein. Schmelztiegelhöhle. Da erinnere ich mich auch an so ein Puzzleteil, was nicht gerade toll war. Im Anfang sieht es nicht so aus, als ob eins ist. Aber ich erinnere mich da an was. Das nehme ich auf jeden Fall mit das Ding. Also, das ist fast. Oh nein. Oh nein. Nicht dieser Rotz. Oh. 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 Das meinte ich nicht. Dann habe ich den letzten Level im Sinn. Den wäre man diesen Parts garantiert nicht noch schaffen, aber... Na ja. Glaube gibt es auch so ein Asozialist-Positor erstmal, dass das... Keine Ahnung, was ist das Ende? Oh, aber das knapp. Aber geschafft. Ja, nee, das... Das hier, das ist schon... Das ist auch ein richtig schwerer Level. Da muss man echt aufpassen, was man macht. Das ist mal da ganz schnell ein Leben los. Verdammt. Was ist das? Ah, scheiße ist das, ey. Ich glaube, da... Ja, genau. Hier war irgendwo ein Puzzleteil. Das so richtig asozial war. Ach, es gibt noch fünf. Wie sozial. Hätte ich gar nicht erwartet. Kann es sein, dass hier auch eins gehabt? Nein. Kommt das hier her? Oder ist das eins? Nee, ist das natürlich nicht. Du kommst ja... Okay. Knapp, aber geschafft. Das nächste Rad. Und hier gab es auch ein Puzzleteil. Ja, ich erinnere mich. Ganz am Ende hier. Oder? Ja. Und was gab es hier? Da muss ich mich ganz am Rand stellen. Oh. Ist das auch eins? Ja, ja. Ein Bonus. Das ist doch dann schon das fünfte Puzzleteil, oder? Knapp. So. Okay. Sehr, sehr gut. Ah, ich glaube, das war... Das war schon das letzte, oder? War das schon... War das schon das letzte? Nee, vierter. Vierter. Gut, und wie viele? K.O. haben wir erst. Alter, was geht hier ab? Und Checkpoints. Ach, jetzt kommt noch ein Fassspielchen. Aber da war es Ende. Ach. Das war... Ach. Das war dieser Rütz. Ich weiß. Ja. Ja, ich kenne das noch. Ich kenne das noch. Schön treffen lassen. Das ist mir trotzdem egal, was da unten abgeht. Oh. Das ist richtiger Müll, dieser Level. Also zumindest hier am Ende. Übrigens, das Hammers-G schon. Ja, und jetzt? Verdammt. Ah, ich glaube, hier drüben ist das Ende. Man muss hier noch rechts gehen. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob es das da schon die ganze Zeit war, aber ist egal. Wir haben es geschafft, uns auch noch mit Einbrüsel teilen und K.O. N.G. und K.O. N.G. natürlich. Alles mögliche andere. Und ja, der nächste Part könnte schon der vorletzte sein. Ich freue mich auf euer Feedback, wenn es euch richtig gut gefallen hat. Ach, ich labere schon nur noch scheiße. Ich habe merkt schon, ich muss jetzt aufhören. Wenn es euch richtig gut gefallen hat, dann könnt ihr natürlich im nächsten Part wieder einschalten und auch abonnieren, wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Part. Ich freue mich auf euch. Tschüss. 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 Tschüss.